Hallo Werderaner, ich bin's mal wieder und seid ihr alle ganz herzlich gegrüßt überall wo ihr seid. Heute haben wir die Chance den Deckel drauf zu machen, das heißt nicht nur 40 Punkte, wir haben sogar die Chance, dass wir eventuell auch mit einem Sieg in Ingolstadt schon ein Stückchen weiter in Richtung Europa blicken können. So und ich finde das, ich glaube da haben wir heute eine gute Chance dazu auch, macht richtig Spaß den Jungs dazu zu gucken, 9 Spiele ohne Niederlage, 7 Siege, 2 Unentschieden, eine geile Serie kann ich nur sagen und ich bin davon feldenfest überzeugt. Wir haben einfach das Material dazu, wir sind weitaus besser aufgestellt als Ingolstadt und ich bin feldenfest davon überzeugt, wir werden heute auch in Ingolstadt das Spiel gewinnen. So und ich freue mich sehr darauf. 42 Punkte, dann haben wir nicht nur das Thema Abstieg endgültig erledigt, sondern dann können wir auch eventuell mal wieder über Europa reden. Man macht es kaum glauben, erinnern wir uns noch daran. Noch vor einigen Wochen, da gelten wir als Abstiegskandidat, da krebsen wir irgendwo so um Platz 15, 16 herum und dann jetzt noch mit Beginn der Rückrunde eine Erfolgsserie gestartet, die ihresgleichen sucht. Und das ist einfach nur saugeil und heute machen wir den, und heute in Ingolstadt gewinnen wir, bin mir davon überzeugt. Mein Tipp, wir gewinnen dort mit 2 zu 0, dann haben wir 42 Punkte und dann kann ich nur sagen, der SVB ist wieder da und Europa, ich bin davon überzeugt, Europa, wir kommen zurück. Europa, Europa wartet wieder auf uns, ich freue mich schon drauf. Jo, alles gut. So, und es sind auch mal wieder Grüße eingetrudelt bei mir. So, und zwar, wen haben wir denn da einmal? Gucken, wen haben wir da sonst noch so schönes? Ja. Und zwar, Johannes Metker grüßt Max Kruse. Johannes Werder grüßt den Matthias Rolf, der einfach zu schlecht ist bei FIFA 17 und noch nie gegen ihn gewinnen konnte. Dann haben wir noch, Moment. Justus Jonas, grüßt alle Werder-Fans von Nord nach Süd, von West nach Ost und alle, die irgendwo, das wir auf dem Trikot tragen. Den größten schließe ich mich natürlich an. Noch ein Stück weiter nach oben, so. Werder 1899 grüßt Lenz. Bari Fox. Wie nennen wir da noch, Moment. Bari Fox grüßt Aaron, den Fotohelden. Ja, und das war's auch erst mal wieder, ne? Also, wie schon ich grüße alle Werderaner von Nord nach Süd, in Westen und in Osten, in Nah und Fern, wo egal wo ihr seid, in Deutschland, im Ausland, egal wo, ne? Seid alle von mir ganz herzlich gegrüßt und der Werder-Tisch ist auch wieder da. So, dann haben wir ihn. Für all diejenigen, die noch nicht so oft auf meinem YouTube-Kanal waren, was hat das damit auf sich? Den Werder-Tisch, den richte ich zur Zeit ganz gerne an jedem Spieltag her. Ja, das sind hier, haben wir hier meine Fahnen, meine, äh, oder was ist meine, na, hier mal ein bisschen schicker machen wir, sonst meine, äh, meine Schals, zwei da, drei da, 31 Werder-Becher, alles Einzelstücke. Und ihr seht, dahinten drin ist auch einiges. Mein Teddy ist das. Hallo Teddy, sei gegrüßt. Der Gartenzwerg. Hallo Gartenzwerg, hallo. Froschi, mein Freund. Hallo. Das Entchen habe ich hier. Dieser Vorpels, dein Support wird gleich wieder gefordert, dann ist aber Schluss mit auf der Frauenhaut liegen. Schweinchen habe ich da. Hallo Schweinchen, mein kleines Glück, Schwein. Dann, was habe ich hier sonst noch, so ein bisschen gedönst, wie wir hier am Norden sagen. Zwei Werder-Wierbecher. Den Werder-Schnapskrug. Die Flasche kann man sowohl als Werder-Wasserflasche oder vielleicht auch als Thermos-Tasche gebrauchen. Mein Boroglas. Ja. Original von Tim Borowski. Eine echte Rarität. Und eine Werder-Bremen-Kaffee-Tasse vor zwei Jahren beim Tag der Fans von Baumi unterschrieben. So, und das war es auch erst mal wieder. Und wenn ihr... So. Übrigens, heißer Tipp von mir. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr nach Werder gucken könnt, ähm... Ihr könnt die Ostwärtsspiele von Werder-Bremen, werden alle live übertragen im Ostkurbensaal. Ich bin nachher auch dort. Der Ostkurbensaal, für all diejenigen, die sich noch nicht so genau damit auskennen, was ist das eigentlich? Das ist ein Projekt des Bremer Fanverbandes. Und das ist extra für Werder-Fans so gemacht. Und da gehen alle Einnahmen der Fanarbeit zugute. Macht richtig Spaß dort. Nutzig echt. Schaut einfach mal rein. So. Und wie gesagt, ich schaue das Spiel gleich auch dort im Ostkurbensaal. Öffnung ist jeweils immer eine Stunde vor Anpfiff. Und wenn ihr... Wenn ihr aber sonst überhaupt nicht könnt, wenn ihr auch keine Werder-Kneipe in der Nähe habt und auch kein Sky und auch sonst irgendwie keine Möglichkeit habt, das Spiel sonst zu verfolgen, macht euch nicht traurig sein. Denn in Sport1FM übertrete ich das Spiel auch im Radio. Dort könnt ihr das Spiel natürlich gratis und in voller Länge als Einzelspiel anwählen. Und ich bin dann auch jetzt erstmal weg. Ich mache mich gleich auf den Weg in Richtung Bremen. Wie schon gesagt, dort trefft ihr. Wir können mich antreffen. gleich nachher im Ostkurbensaal. Macht Spaß dort. Und ansonsten, ja, werde ich mich dann morgen nach dem Spiel... morgen mit einer Nachlese zum heutigen Spiel wieder. Seht zu. Macht es gut. Und nicht vergessen, lebenslang grün-weiß. Und die 40 Punkte, das ist heute unsere Sache. Das werden wir heute schaffen. Alles klar. Bis dann. Ciao. Und lebenslang grün-weiß. Ach ja, und noch ein bisschen Musik habe ich noch für euch. Die Fahne hier. 100% Werder. Und jetzt etwas Musik. Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Wir gehören zusammen. Wir seid gut und wir sind heiß. Werder Bremen, unser Leben lang. Der neue deutsche Meister. Komm wieder an, von dieser Einstrahlung. Das Spiel ist auch... Bist du nicht hier. Des AbonstrantenBI Das Spiel ist auch wieder. Vielen Dank.